Ich bin Céline, ich bin 32 und bin jetzt im fünften Semester, ich komme jetzt ins sechten Semester. Ich bin die MAP, ich bin 29 und wir haben zusammen das Zimmer für unsere Diplomarbeit gestalten. Für uns war schnell klar, dass es genug Doppelzimmer gibt. Wir wollen ein Freundschaftszimmer und das Wohlbefinden. Das sind die Wörter, die von Anfang an klar waren für uns. Wir hatten eigentlich schon immer die Grundidee, dass wir gerne ein doppelstöckiges Bett haben wollen. Und dass wir alles in der Natur belassen haben und mit viel Holz. Einerseits, weil es wirklich ein Etagebett in einer hohen Qualität hat, nicht einfach so hostelmässig, sondern halt wirklich für Freundschaften, wo sich auch etwas machen konnte, konzipiert ist. Und das Zweite ist, wir beginnen mit Packages zu arbeiten. Und man kann sich dann auch direkt das Wellness, also zum Beispiel eine Kosmetikbehandlung oder eine Massage direkt aufs Zimmer stellen. Was natürlich auch sehr speziell ist an diesem Zimmer, also wir haben es eigentlich wie unser Wohnzimmer gestaltet. Wir haben wirklich eigentlich sozusagen wie von Freunden für Freunden. Und wo man einfach auch sagen würde, hier würden wir uns zu 100% wohlfühlen, das würden wir selber auch buchen. Genau. Ja, sicher mal an die tollen Gespräche, die Sie miteinander haben können, in diesen wunderschönen Sesseln, in denen wir jetzt gerade drin sind. An das Geniessen und das Sein und das Wohlbefinden.